ja hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge von superprojekt heftig und ich bin auf der reise um kühe zu finden und ich darf hier um kühe zu bücken du brauchst bitte zuckerrohren das wäre epically wie ihr seht habe ich schon im inventar ein ganzes bookshelf und das ist so sakrisch teuer deswegen muss ich jetzt kühe abschlachten gehen jetzt sei kein umweltaktivist wir brauchen kühe und kühe werden nicht geschlachtet wir wachsen nicht auf wollen wir jetzt aus rache ein schwein abschlachten einfach so weiß kann ich brauche so viele kühe aber hier gibt es gar keine kühle wir haben zwar ein welche aber ich kann ich nicht so schnell vermehren wie ich die brauche das heißt ich habe hier ein paar kürbisse gefunden so mal schauen mal müssen hier irgendwo hier ist doch normal ich werde mich zwar ziemlich sicher verlaufen aber es gibt ja zum glück die live map wo man wieder zurück findet ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube einfach mal hart im kreis im kreis laufen ist immer was gutes darf man aber ist panisch na doch eigentlich schon panisch also muss schon sein also gönnen wir uns mal einfach ein bisschen panisch im kreislauf ey wieso sind hier keine kühe das täuscht mir gerade übel das ist faktisch ab nein es enttäuscht mich nein das ist faktisch ab es enttäuscht mir nicht ich widersprich hier sowas von also hier sind hühnchen aber hühnchen haben wir so viel daheim ich brauche kühe verdammt noch mal da hinten da hinten ich habe eine kuh gefunden wo eine kuh ist noch mehrere kühe kühe verdammt noch mal da hinten gibt mir leder und zwar viel habe ich gesagt oh ich hätte mir leder gegeben ich brauche viele kühe dich auch jawohl zwischendurch mal der zombie ich wollte mir gerade gerade Dreh in der schule heftig ich habe jetzt die neuen powered ready schule eh das müssen doch mal mehr kühe sein das kann nicht sein das können nicht nur 2 gewesen sein da hinten ist noch einer ja ich hab es doch bloß die kuh kommt doch in der rudel vor Was ist das eigentlich für eine Fehlkonstruktion? Kann ja nur du gebaut. Ein Endklotz hier. Endklotz? Ja, bei der Rail. Der braucht doch einen Klotz am Ende. Jojo, kann sein. Achso, noch was. Halt's Maul! Halt's Maul! Also, bleib da cool. Jawoll, da kommt Leder ohne Ende raus. Da hinten... Da sind so viele Kühe, Bitches! Was? Du bist mir verarscht, was war das für eine Speed-Kuh? Die Kuh ist auf Speed! Speed-Kuh! Hier ohne Witz, man, die ist gerade richtig schnell gelaufen. Krass-Kuh? Jetzt muss ich hier mal schnell denken. Denken sind Kühe ohne Ende. Da-da-da-da-da-da! Ja, obwohl es gibt Leder, du! Schön viel Leder, ich raub jetzt einfach alles aus. Hast du eine Teile dabei? Nein. Oh. Jetzt hättest du sie vermehren können und dann erst durch. Ne, das bringt mir gar nichts. Na, dann hättest du irgendwann wieder gleich zurückkehren können. Ne, garantiert nicht. War eine schlechte Idee, Benni. Mann, jetzt deprimier mich nicht. Deprimier mich nicht! Alter, das Deutsche ist ja so schwierig, wie wir nicht gemacht. Äh, wo zum Teufel sind hier noch mehr Kühe? Hier müssen noch mehr Kühe sein. Das waren die letzten. Das muss sein. Ich will mehr Kühe haben. Ah, da oben ist noch eine Kuh. Ne, Kuh kommt selten allein. Ey, lass mich hoch. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben neun Leder. Das ist halt mal ungefähr gar nichts. Das sind drei Bücher, das sind drei weitere Bücherregale. Aber da unten sind weitere Kühe. Oh, da sind so viele. Stimmt, und wir brauchen noch zwei Leder überhaupt für den Enchantment Table. Echt? Oh, ich hol jetzt einfach mal, ähm, Dings. Hm? Schwarz. Ähm. Boah, wie heißt denn das Ding? Das Ding ist es ganz... Obsidian. Obsidian. Ja genau, das kannst du dringend holen. Das stand ich halt auf dem Schwanz, äh, auf dem Schwanz. Ja, das stand es auf dem Schwanz, okay. Wo haben wir die Diamanten? Äh, das verrate ich dir nicht. Ach ja, ich weiß es. Nein, da denkst du falsch. Das ist cool, ich wollte gerade zu dir hochkommen, aber... Wenn du zu mir runterkommst, ist das auch kein Problem. Nein, ich habe mein Schwert verloren. Jetzt muss ich mit der Spitzhacke hacken. Nein, das ist doch Kuhs Misshandlung. Kuhs Misshandlung, okay. Das merke ich nicht. Das merke ich nicht. Oder? Zack, zack, zack. Vielleicht sind da unten noch Kühe, ich muss es nachschauen. Du hast noch keine Spitzhacke gebaut? Ja, ne? Nö. Okay, gut, dann brauche ich sie jetzt. Zack, gebaut. Du, 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 du. Aber nutze sie erstmal nur fürs Abbäumen, ne? Ja, ja, so schnell geht auch wieder. Was sagst du, lohnt sich der Weg dahinter zu der Kuh? Nein. Doch, lohnt sich. Es ist eine Kuh, Alter. Ach so, eine Kuh. Juhu, bisschen bungee jumping, no problems. Ach so, eine Kuh, juhu. Ich hab drei Leder im Winter. Und da versteckt sich eine Kuh. Richtig müde. Aber das hast du vielleicht nicht zugehört. Du hast drei Leder im Winter? Ja. Ich so, okay, ich hast ja nur Fleisch dort. Ich verstehe den, ne? Ja, ich hab drei Leder, ich weiß. Ich hab drei Leder im Winter. Oh mein Gott, also ich raste grad aus. Ich. Ich hab 14 bis jetzt. Da hinten sind mehr Kühe. Junge Kühe ohne Ende. Richtig. Ein türiges Erlebnis, jetzt. Wir brauchen eigentlich immer eine Zahl durch drei. Also so viele Bücher haben wir dann. Und wir brauchen dann noch zwei zusätzlich für das Ding. Also haben wir insgesamt jetzt gerade vier Bücherregale. Wieso kommt da nichts mehr raus? Ich brauch doch. Ich brauch doch so dringend Leder. Da kommt echt nur Fleisch aus. Wie gibt's eine Begrenzung an Leder? Lord. Ja. Spreng die Kuh da hinten in die Luft. Ist ja okay. Jawohl, da kommt wieder Leder. Ich bin Ledergeil. Oh, Ledergeil. Ich bin Ledergeil. Ich bin Ledergeil. Ich bin Ledergeil. Ich bin Ledergeil. Oh, das ist ein Triegel. Axt macht mehr Schaden als Pickaxe, ne? Keine Ahnung. Habe ich noch nie ausprobiert. Ja, aber wenn man so Allgames spielt, sollte man das wissen, ja? Also ich hab da noch nie eine Pickaxe gehabt. Oh, da. Oh, es geht ein Web raus. Und der ist noch nicht eingetreten? Wo lebt's noch? Da hinten sind weitere Kühe. Warte, habe ich da noch eine Kuh gesehen? Junge, ich hab so viele Kühe gefunden. Ich hab 16 bis jetzt. Hier ist aber irgendwo Obsidian. Äh, da ist das hier Strip Mining. Strip Mining for the win. Win? Ach, ob du da Obsidian findest, glaub ich ja nicht. Da waren nie Obsidian. Aber ich will Obsidian. Ich will aber. Mal weiß ich auch. Ja, aber. Du kannst auch den Wassereimer nehmen und beim Lavasee einfach drüber schütten. Fick dich, das wär zu einfach. So, jetzt bin ich auf dem gleichen Niveau der Kühe. Gebt mir alles. Ich will jedes Leder haben. Dank der modernsten Technik kommunizieren, wie übers Internet. Übers Internet. Aber Internet. Ich will hier. Ich will hier die Kuh. Zack. Eier. 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 Ich hab so viele Eier. Andy, wollen wir schlafen gehen? Äh. Da hinten ist eine Kuh. Das zum Thema. So. Wie viele hab ich? Ich hab bis jetzt 18. Das heißt, ich hab 6 Bücherregale. Das ist das schon was? Okay, es ist ein Format. Macht ihr was kaputt im Wasser? Ne. Oh, 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 oh. Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Nein. Kriever. In irgendeinem Haus. Äh, wenn du was kaputt machst. Nein, 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 nein. Alter. Nein, nein, nein. Alter. Nun, nein, nein. Völlig. Du hast mich grad nicht etwa nachge Technology? Nun. Wie kommst du drauf? Nein, nein, nein. Okay. Ey, jeder sagt mir nein, nein, nein. Alter. Norden Enderman neben mir chillig also jetzt? Wissensfrage, was macht ihr schon? Ein Eisenschwerter oder ein Demand Pickfax? Ein Eisenschwerter wie viel mehr? ich glaube 1 1 1 halb falsch 1 Schwerter weil die Pickfaxe sind Alter, da sind hier viele Gegner bösewichtig ich kämpfe so nicht, weil ich kein Schwert habe ich kämpfe nur gegen Kühe die sind mir gleich gesotten gleich stark keine Ahnung, wie man das nennt die Ku hat Nameboard, äh, nicht die Ku die Ku hat Nameboard, äh, nicht die Ku so, ich schlachte, glaube ich, jede... Alter, Alter, fuck, fuck, fuck nein, leg mich durch dann geh halt ja, aber ich will jetzt kämpfen okay, geh, Alter, es sind hier viele ja, verpiss dich Greenboard, nein, nein, nicht explodieren Alter du musst immer eigentlich alles kaputt machen der ist nicht explodiert ich hätte es aber dir zugetraut jetzt kommen wir wieder in den Schafbereich die fällt mir gar nicht na, die sind voll schiebig na, die sind voll schiebig kann ja gar nicht sein, Alter voll so sicherbar also ich habe 24, das heißt 8 ich kann 7 machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ich muss weiterfahren Shit du hast noch 3 ich hab noch 3 wir brauchen 2 für den Tisch 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 da sind 8 und 1 hab ich schon, ja, das reicht wie viel ist der Mann? 9, sind 9 genug? ja, erstmal schon auf jeden Fall also bis zu Level oh, meine Eisenrüstung ist gleich kaputt aber, okay, ich muss jetzt erstmal ganz kurz ich habe mir die Live-Mission vorbereitet meine Eisenrüstung ist doch gut äh, Killer-Zugini-Andi und, ja perfekt, so back to the game und dann würde ich sagen laufen wir mal heim huch 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 ich zeig dir, wenn mir jetzt ein Leder oder sowas fehlt, dann rast ich aus wie viel hast du denn? äh, zwar, einiges 24 24, dann ham wir 27 ja, ich hab schon ein Bookshelf und jetzt hab ich eins mehr noch 25 also, du hast zwischendurch noch mehr als 26 oh, rüber ähm ez dürfte reichen dann oder ach 7 Buch Ich bin ja egal. Ne, es reicht nicht mehr. Ne, wir brauchen ja immer noch 2 für die Zauberteile. Ja, aber überleg, du hast 3 Millimeter. Ich hab 3, du hast 28. Oh, stimmt, das ist nicht mehr. No! Du bist das Wertschild angestellt. Fuck! Ja, geh halt einfach weg, was immer du auch machst. Ich hab noch Level. Ja, du kriegst ja gleich Level. Wie? Verrate ich dir noch nicht, aber du kriegst Level. Das ist natürlich nur unsere Monsterbahn. Okay, ich weiß, was ich wieder aufbauen werde. Hast du irgendein Haus in die Luft gespringt? Nein! Benni, jetzt geh da bitte weg. Okay. Du machst echt alles kaputt. Bitte weg. Ich will nicht die ganze Zeit verbringen damit irgendwas. Ja, du musst ja nichts machen. Irgendwas zu reparieren. Aber wann kommt einer nach Hause? Ich will schlafen. Ja, chill. Ach ja, die Sonne geht auf. Die Sonne geht auf. Die Sonne geht auf. Ich hüffel von Freude. Also mal sorry, Surprise. Nicht, dass du noch zu weiß bist. Boah, das war überhaupt nichts. Ich brauch... Einiges dann braucht du. Hast du viele aufgebraucht? Ich hatte... Ich hatte 40 und hab dir ganz, ganz viel gegeben. Dann hatte ich nur noch 15. Aber ich sprenne halt die ganze Zeit. Bist du in der Stadt? Äh, mir? Du bist nach hinten gegangen, oder? Jupp. Ich schau mal, wo ich rauskomm. Das ist mir ein rohes Skelett. Ich will jetzt nicht kämpfen. Ich will einfach nur nach Hause. Perfekt. Wo bist du? Ich komm immer am gleichen Fleck raus. Wie genau wie bei der Wanderung. Bin ich auch hier rausgekommen. Bring mir gleich mal Brot. Ich brauch viel zu fressen, aber... Okay. Oh! Da sieht man ein Creeperloch. Das kannst du schön mir zumachen. Ja, ja, ja. Und da ist noch ein paar Creeper. Scheiß Creeper, lass mich hier holen. Hier liegt Brot. Ja, ich musste nur einen Bogen auf. Ich hab ihn eingesammelt. Wo ist Brot? Sehr schön. Gib mal hier Brot. Das war ein bisschen wenig. Ja, ich hab ihn jetzt nur noch hier. Nein! Was? Ich hab Bücherregal gesetzt. Ja, du kriegst die Bücher wieder, glaube ich. Komplett wieder raus in der Seite. Alter! War ich lucky. Das war ganz knapp neben der Kiste von ihm. Du machst keine lucky lucky. Okay. So. Da haben wir doch noch ein bisschen Papier. Und aus dem Leder und dem Papier können wir jetzt Bücher machen. Willst du mir noch ein bisschen Papier bringen? Ähm. Ich hab ziemlich viel in die Kiste, wenn wir schon bauen was geht. Das ist doch schon was. Also kein Papier, allerdings halt. Ja, bring einfach runter. Ja, ich bin grad beim Bauhaus Dings reparieren, weil wir haben nicht mehr sehr viel Zeit. Okay. Oh, muss ich ein bisschen Bortsch. Ich hoffe, ich hab hier noch irgendwo Holz. Nein. Sag mir nicht, dass es bloß wird. Geht es mit jedem oben oben oben? Ähm, ja. Wir sind ja hier nicht oben. Holzt raus jetzt doch schon was. Geht es auch mit zwei unterschiedlichen Holzorten. Ah. Kannst du auch. Ich spiel ruhig. Ich spiel ruhig. Ich spiel ruhig. Äh. Wo sind meine Bücher? So. Da. Oh ja. Geht. Cool. Hier ist Clay. Perfekt. Ich habe noch einiges. Und ich kann da erstmal hochgehen, um mir ein bisschen Ding zu holen. Hm? Ding? Äh. Zuckerroh. Wo hast du es hingetan? Ähm. In unser Bauhaus. In welche Kiste? In die... In die... Wenn du reinkommst rechts hin. Wenn du reinkommst rechts hin. Wenn du reinkommst... Rechts... Vorne. Guck. Rechts vorne. Wenn du reinkommst... Ja, es kommt drauf an, wo du hinten siehst. Wenn du reinkommst... Rechts vorne. Ja, okay. Ich habe anders gedacht. Es war völliger Bullshit. Ich habe anders gedacht. Ja, ja, ja. Er hat anders gedacht. Das sehe ich auch so. So. Und dann nochmal so. Und dann nochmal... Achso, gröber! Was? Jetzt lass es halt, Mann. Jetzt habe ich alles wieder... Oh, du bist... Haha, fand ich auch witzig. Also ich fand es witzig. Achso, ich wollte den voll. Oh Mann, jetzt habe ich das ganze Papier nicht mehr. Ähm... Wo ist es hier? Achso, das Leder habe ich da hoch. Bevor du die ganze Scheiße brauchst, kannst du lieber ein bisschen Zuckerrohr herbringen. Okay, wie folge ich damit jetzt auch vorbei? Ich will Zuckerrohr haben. Ja, dann wo hast du auch Zuckerrohr? Wo? Ja, das hast du doch vorhin da oben geholt. Benni... Ja? Seit wann spielst du Minecraft und seit wann weißt du, wie viele Bücher ein Zuckerrohr verbrauchen? Ähm... Ich weiß nur, dass ich gerade... Ähm... Ich habe drei noch im Inventar. Also im Blatt. Okay. Dann gehen wir im nächstes Ding nicht kühlfarben, sondern Zuckerrohr. Ja, ich habe die ganze Zeit ja... Freut euch drauf! Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao! Ciao!